Und habe ich geschaut auf der GVC-Seite, der ist groß, A5-Seiten groß und hat Auflösung 2000, irgendwas mal 1500 So, jetzt haben wir gleich die stürzende Katze Es ist ein Rauhäuah der Tüge, jetzt geht er schon, nein Ja, jetzt geh schon, jetzt wieder ist ein kranken Stunt. Das ist ja eine Ansammlung von geisteskranken Aktionen auf dem Video, das ist ja super. Es ist so schlimm, es ist einfach so schlimm, was ihr da macht. Ah Peter, nein, nein, natürlich, nein, bitte, das darf ja nicht wahr sein, einfach auch wahr. Nein, bitte, das ist ja ein Trottelkart, ein Trottel. Ja, jetzt haben wir einen kurzen Fieberlechen hinter. Nein, jetzt wird es ja nicht dicken, der Wahnsinn.